Ich bin zu weit, fällt mir auf. So. Ich muss mal eben kurz hier warten. Bis gleich. Und weiter geht's. Da kommt die Motte raus. Und da kommt eine andere, ja. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Gut, kurz warten. Können wir eigentlich hier... Nee, können wir nicht. So, und wenn die vorbei ist, dann kommen die anderen. Meine ich zumindest. Das war ja eben auch so. Naja, gut, er kommt. Da kommt noch eine Motte. Und noch eine. Aber warum geht die Wache da nicht weg? Nochmal speichern, damit wir das schon mal hinter uns haben, dieser Wechsel. Ja, jetzt geht die Wache da weg. Warum geht die jetzt plötzlich da weg? Ölsaal machen das so. Jetzt geht die Wache da weg. Da muss der Wind gewesen sein. Speichern ab, ob er das so... Wer ist da? Und es klappt. Können wir durchstürmen. Und... Wir haben die Wache überwunden. Ist da hinten noch eine? Nee. Also wir speichern nochmal hier. Wirklich, um... ...sehr sicher zu sein, dass da nichts mehr kommt. Und dann Motten, Gemächer. Okay, gut, hoffentlich sind die da jetzt nicht am wechseln. Wo sind denn die, Gemächer? Müssen wir noch einen... Müssen wir noch einen höher. Kammern des kaiserlichen... ...Kampfmagiers. Dann vertrauen wir dem, was da steht. So bin ich jetzt zu weit. Nee. Oh, das war knapp. Muss der Wind gewesen sein. Ja, war er. Wir haben ja gespeichert. Mal sehen, sehen die uns da? Links. Gut, die sehen uns nicht. Und wenn das jetzt da auch unmöglich ist, dann kann ja irgendwas nicht stimmen. Schwer. Ja, da müssen wir auch hin, nach Angaben. Ach, Mist. So. Oh. Warum macht der Graufuchs das eigentlich nicht selber? Er hat das ja auch durchgeplant. Und... Ach, Mensch, das hätte doch jetzt klappen können. Und jetzt habe ich zu früh geklickt. Ja, so. Endlich. Speichern. Irgendwie ist das... Doch. Im ersten Moment sah das aus, als wenn das hier dunkler ist, aber... Wir nehmen mal ein anderes Schwertchen, damit wir schneller gehen können. Nehmen wir das? Nehmen wir das einfach. Ich glaube, dass wenn wir eine andere Waffe umhängen... Jetzt bleibst du auch da stehen. Ne, doch nicht. Ich dachte schon. Aber... Diesmal sind wir falsch. Evangelieke. Nicht speichern, sondern laden. Weil das... Achso, jetzt müssen wir... So, wo ist die Tür? Die müsste... Da sein? Ne, da. So, hier speichern wir. So, ganz leise und... Vorsichtig schleichen wir uns an. Die Holztür ist schwierig. Ach, Mensch. So, wir schlechten uns ganz... Oh mein Gott. Und sie hat uns gesehen. Hier lang. Hier schläft ja sowieso keiner. Ich bin aus dem Kaiserpalast entkommen, indem ich in Okatos Schlafzimmer in einem Kaminrohr gehüpft bin. Hoffentlich hat der kaiserliche Kampfmager nichts dagegen, dass ich in seinem Schlof... Seinen Schlof missbraucht habe. Ich kann nur hoffen, dass mein Fall nicht so abrupt endet. Ich frage mich, ob der Graufuchs das hier meinte, als er sagte, ich würde Jack Springfeld Stiefel brauchen. Was? Stopper, 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 stopper. Gut, dass er das sagt, sonst... Können wir die überhaupt... Oh, zum Glück. Ah. Na, jetzt sind sie kaputt, oder wie? Machen wir das so? Okay. Ein paar Lastabwasserkanäle. Und... So... Ach, hier waren wir ja. Okay, das... Daran kann ich mich noch erinnern. Achso, wir müssen wieder auf Heilung gehen. Da schwere Runden heilen. Und das müsste jetzt eigentlich das... Ende sein. Von dieser Quest so gut wie, wenn wir jetzt aus diesem Palast raus sind. Haben wir Kopfgeld gekriegt? Ich schätze mal schon. Nee, haben wir nicht. Okay. Ach, hier sind wieder die Magier. So. Wir haben zum Glück einen Pfeil, wo wir langen müssen. Und... Da ist eine Truhe? Nee, ist es nicht. Wir müssen... Hier lang. Und dann... Hier lang? Nee. Hier war das... Hier müssen wir lang. Und dann kommen wir schon in die... Naja, nicht ganz richtige Richtung. Ich glaube, diese Quest, die wir gemacht haben, war die langwierigste Quest überhaupt von allen. Wir gehen mal hier weiter. Wir folgen einfach mal dem Pfeil. Wo der uns hin lotst. Ich glaube, der lotst uns dahin, wo... zum Elfen-Dings-Bezirk, glaube ich. Oh ja. Und... Da sollen wir hin. Nee, dann gehen wir doch lieber hier raus. Hier war das doch, meine ich, wo wir... Da waren wir. Hier waren wir schon. Hier sind die Köpfe und... Dann konnte man irgendwo hier doch raus, oder nicht? Hier oben, da... Südost-Tunnel. Ich glaube, wir sind hier total den Umweg gegangen. Ich glaube, ich gehe wieder zurück, habe ich irgendwie das Gefühl. Ups, und es hängt einmal kurz. Ich möchte jetzt hier durch sein. Ich glaube, kann das das Ende sein? Kann es das sein? Ja. Doch noch durchgefunden, auch ohne Fall.